herzlich willkommen zu einem neuen video wir haben es geschafft war hart war es war möglich deswegen haben wir es auch geschafft wir sind jetzt hier haben vor sechs tagen mit eldenring angefangen und wollten unbedingt ins dlc gebiet und da sind wir jetzt da sind wir jetzt und starten auch direkt durch freu mich gestern um halb zwölf noch ein feuerriesen besiegt mit der stall noch nicht ganz durch aber egal ich freue mich schon riesig ins reich der schatten wir machen let's play videos und dann gibt es noch einzelne guides zu verschiedenen themen das ist jetzt die let's play reihe jump einfach rein und schauen uns alles an ich frage mich ob es eine möglichkeit gibt das dlc irgendwie neu zu starten oh riesig das ist schon die erste map da gehen wir auch hin grabfeld ebene schauen wir uns alles mal an wow das lava irgendwie eingefroren die zeit oder was ist hier los wir haben gerade entdeckt setzen wir uns mal hin wenn wir uns anschauen hier segen des schatten reichs nein mischung ja das ist neu wegen des skater baums segen der verehrten geister asche konsumiert skater baum fragment um euren segen des skater baums zu verschärken der segen des skater baums erhört die menschliche seines diggers schadens für schatten keine auswirkung verstehe und was ist das andere und mit verehrten geister asche um euren segen der verehrten geister asche zu verstärken der segen der verehrten geister erhört die mächte beschworene geister und die fähigkeiten des spektrales schaden zu versuchen um zu widerstehen hat aber außerhalb des reis der schatten keine auswirkung okay so lernen wir also hier aber normal stufe aufsteht geht noch also ich habe stufe 140 geschafft mehr ging nicht hoffentlich reicht das ja auch wenn wir gleich sehen ich beleg die ganze ruf ich gegen den kämpfen soll so als testkampf naja laufen erstmal zu mehr wie gesagt empfangskomitee oder was bist du ein gegner der erste kampf im dlc dass wir gucken wie stark die treckssäcke sind okay 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 wie man schaden ganz normal okay das gefällt mir mal ein schaden die machen auch schaden war ja ein ganz normaler gegner wir uns mit einem schlag besiegt da hätte ich mir schon gedanken gemacht ob es sinn macht hier weiter zu machen aber ist okay gut die map müsste direkt vor mir sein nur hier ja okay da sind also irgendwelche schatten gegner haben die auch bestimmte fähigkeiten oder schwächungen vielleicht noch nicht okay also diese normalen gegner haben schon viel runen grad gegeben jawohl der erste bosskampf oder kassekampf was ist das ich habe gestern noch meine schatten also im mit tatortränen asche freigeschaltet und auf kursier gebracht reicht noch nicht aber ist okay ich komme klar ich schau euch den an zwei fähig zwei fähig sind unterwegs äh okay okay wieso sind die so schwach ja vielleicht kommt es noch wie gesagt ich darf es nicht unterschätzen nicht unterschätzen aber ich muss schon sagen dass ich gut schaden mache leute diese waffe die ich gerade in der hand habe die hat mich echt gerettet die ist so nice blutige ströme habt noch auf plus 8 level ich glaube ich kriege die sogar jetzt auf plus 10 gestern noch einige schmiedesteine gefunden werden wir später mal schauen so sieht das schöne ding aus riesig so meine kopie ist schon weg ich war zu weit weg wahrscheinlich jetzt durch alleine kämpfen oder was weißfleisch pilz rotfleisch pilz nehmen wir mal alles mit und schauen uns dann später die sachen an in inventar gibt es ja auch neue funktionen neue sachen werden die direkt markiert irgendwie und wir können es später dann alles anschauen handbruch des großen herrschers noch was bestimmt ein weg da oben oder aber wie vielleicht hier so also ich habe ganz am anfang nicht verstanden gehabt wie viel mal wie man so keine ahnung so 1000 2000 stunden in spiel investieren kann aber ganz ehrlich alter bei wenigsten spiel verstehe ich es muss es erst mal selbst gespielt haben dass man es versteht junge 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 die ist so riesig so riesig und egal wo man hingeht gibt es irgendwas wichtiges und hier sind schon die ersten notizen krass schlanke person vor ort benötigt also nicht ich hier geht's hoch hier geht's hier raus verbogener fahrt voraus die lüge so hier geht man aber rüber wahrscheinlich hier geht man aber hoch ein dach rüber das geht auch man kann aber auch komplett rüber lass uns erstmal das hier anschauen oh ja uffi genau genau so machen wir das jung 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 wie du kann man sein zack zack so bitte nicht nochmal runterfallen sonst sind wir tot so komm doch rüber ja klar so ich hätte gar nicht komplett hoch gehen müssen man kann ja auch runter hier war ich doch schon hier zieht da bist du dumm gerade ich hab's da unten aber nicht gesehen gehabt tatsächlich hier ist nichts okay hier ist nichts okay komm ich wieder hoch nein jawohl die erste tour Klinge der Gnade wir werden auf jeden fall uns alle Waffen anschauen ähm das war doch eine Waffe oder Klinge der Gnade also ich hab die Waffe zweimal die hab ich auch zweimal ich hab auch Blut und Reißzahn kommen tatsächlich aber ich hab's gar nicht gecheckt gehabt dass ich es bekomme aber tatsächlich naja egal ich arbeite weiter mit Blutigströmer Blutige Helix habe ich auch was war's dann ich check das gerade nicht hier Schüsselobjekte das war doch eine Waffe ach nervt mich das gerade schauen wir mal hier Nachkampfwaffen ich hab schon vergessen wie das hier heißt naja muss mich wieder anschauen ich hab schon vergessen wie das heißt ist noch zu früh wow das ist knapp oh mein Gott leck mich aber ich geh den jetzt nicht nochmal hoch scheißegal jetzt neugier vielleicht war's was wichtiges vielleicht war das was wichtiges und unser dritter Versuch hier oben durchzukommen zack ich frage mich ob es auf der anderen Seite auch etwas gibt hier kann man doch irgendwie hoch ja so lass auch mal eine Notiz hinterlegen blanke Person benötigt mit was schreiben wir denn nochmal irgendein Finger hier nutzen zack boah ich hab sogar hier gute Bewertung bekommen geil ähm was kann ich hier schreiben Wörter Dinger Kautztruhe so Leute nerven das wird auch immer wieder genervt das wird so schon negativ bewertet das Ding schauen wir uns dann im nächsten Video spätestens an das wird so negativ bewertet äh äh oh Fleischpilz hat's ja gar nicht gelohnt komm ich auch nicht durch ok jetzt sind die aber fertig hier gut ich hab doch irgendeinen oh genau das Ding hab ich gesehen das wollen wir killen bin ich mal gespannt was ist das für einer ist auf jeden Fall wild aus und das ist die andere Seite ich werde versuchen die Videos bei maximal 30 bis 45 Minuten zu halten hoffe das funktioniert Leute kann ich nicht versprechen wir können ja nicht mitten in einer Quest einen Cut machen deswegen schauen wir mal boah ich will den besiegen Feuerkopf dann stehe ich den bei mir im Garten auf schon ich muss das machen ah la ok wow oh 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 mein Gott wie viel Schaden Alter wie kann man da ausweichen ich glaub hier muss man tatsächlich mit dem Pferd und mein Arsch ist tot nee das kannst du vergessen Leute das könnt ihr vergessen das ist viel zu krank ich glaube da müssen wir ein bisschen stärker werden der ist ja geistig krank heute hast du eine Reichweite mein Imitator einfach mit einem Schlag besiegt das kann nicht sein krass naja von der erste Niederlage würde ich mal sagen wir gehen jetzt mal hier links hin das schauen wir uns mal an das ist interessant aus da ist irgendwas das schauen wir uns an na guter schönen guten Tag und ich wach werden oh was ist denn das Legoland für Arme oder wat die Schläbchen oh das sind Gegner was sind die Gegner killen wir gleich erstmal durchlaufen die Pister die uns für Folgen besiegen Junge Achterei bitte oh 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 keine Späßchen so weg ich habe manchmal diese Dinge hier an interessiert mich gerade was ist das oh wenn du einen angreifst attackieren dich alle verstehe also nicht attackieren Leute sonst sind die friedlich diese Würmchen also die sehen wenn die egal ich sag das nicht ich sag es einfach nicht aber in der zweiten Form sah die schon pervers aus eigentlich Leute ich sag es einfach nicht finde ich nicht was weitliches namenloses mausoleum und hier gibt es den ersten Boss oh shit Jitter des einsamen Kerkers oah okay ja genau und ich bin froh what the fuck alter was wurde mich verarschen ja danke also ich glaube hier mit stärkeren Possen zu kämpfen ist erstmal nichts bis man gelevelt hat so mein Gefühl aktuell das ist ja geisteskrank das ist ja geisteskrank also wenn ich irgendwas benutzen dass ich mich unterstütze ähm ich kann gar nicht essen aber noch 19 Stück und eine Sache musst du noch machen das Ding muss weg zack dann können wir das hier wieder nehmen oder soll ich die Immunität nehmen doch auf jeden Fall etwas das mich nochmal stärker macht erstmal die Ausdauer nehmen ist auch wichtig also vorher Schaden lassen erstmal draußen obwohl das hier auch wichtig wäre Alter lass mich doch einmal attackieren jawohl oh mein Gott Digga jawohl ich bin froh das ist ey das ist doch geisteskrank ich hab grad mal ein Zehntel seines Lebens vernichtet das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht Leute die ersten 20 Minuten und ich bin schon irgendwie am struggeln bin ich zu schwach? bin ich zu schwach? das ist halt die Frage ne oh mein Gott ich bin schon tot du Drecksack ich bin tot das gibt's nicht Alter also wenn er seine Armbrust raus holt und schlägt beziehungsweise schießt hat er mal kurz eine Phase wo man ihn gut attackieren kann aber das pinkt auch nix das pinkt auch nix ich mach erstens keinen Schaden zweitens der macht übertrieben krassen Schaden vom Downs versucht danach gehen wir weiter danach gehen wir weiter ich frag mich wie viele Leute jetzt hier gestruggelt haben kann ich auch hier wieder raus geht nicht ne das find ich halt richtig beschissen meine meine Runen sind halt weg obwohl ich kann meine Runen safen ah fuck so ich hab ne Möglichkeit meine Runen zu safen das machen wir jetzt mal mit 67.000 die lasse ich nicht hier und dann gehen wir weiter ich hoffe das war jetzt nur eine Ausnahme ehrlich ich hoffe das einfach diese Mausoleum so total sind wer macht der macht da auch nix besonderes eigentlich komm wir machen jetzt ernst ist hier oh mein Gott Junge nein nein das war nicht gut und tot weckt mich der Marsch ja was soll ich sagen bisschen schlecht gut ich habe meine Runen wieder zurück und ich glaube stimmt das hier Attribut aber auch den erlitten Schaden zack gut 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 machen wir weiter das müssen wir uns merken unsere erste Niederlage immer ein DLC aber krasse Niederlage also da fehlt noch einiges fehlt noch einiges an Schaden ich muss meine Waffe auf jeden Fall auf den System bringen das ist die erste Sache die ich machen muss und die zweite Sache ist ich glaube ich muss ähm ich bin ja Level 143 die nächsten sieben Level muss auf jeden Fall auf Schaden definitiv wo wir wischen und was ist denn das Segen des Garubombs haben wir ja gerade gelesen gehabt also findet man es einfach so random draußen ok noch was wie ist dieser kleiner müdische Freund ok der hier oder was alter nicht so gemein was ist denn los mit dir siehst denn das du Rauper mit Kreuz markierte Karte Karte mit Kreuzstätten erhalten ich finde sie im Inventar ok ok mehr sagst du nicht ist hier noch was Kreuz berühren müsste Worte wachsen zu haben hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück ok wo ist jetzt diese Karte Schlüsseler pickt wahrscheinlich oder hier ich schicke ich schicke dies immer ein Teil mal noch dazu Leute so gibt es keine Möglichkeit direkt neue Sachen am Anfang zu sehen kann man das irgendwie ah doch kann man sortieren eine Sekunde sortieren da oben wäre das ja richtig scheiße hatte Worte glaube ich direkt in meine Karte übertragen kann es sein ich check das gerade gar nicht Leute was ist denn los schon die zweite Stelle wo ich mir denke hä macht die mir keins sein also das muss ich wieder normal sortieren zack muss ich überlegen wo das hin ist ich habe gedacht das ist irgendwie hier ein Textwistleobjekt oder so aber hier ist es nicht leck mich an haben wir das dann nochmal an war das hier ne hier vielleicht hier Karte die die Standorte von Golden Kreuzen zeigt untersuchen mit R also unter Info eine simpel von einem Horn her aufgezeichnet mit den Standorten Goldener Kreuze markiert das Kreuz steht für Michalas Fußspuren ok das muss man jetzt mit unserer Karte abgleichen ich mache das mal ich muss erst mal ein Foto davon machen ei 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 sorry Leute gleich wieder soweit ok so Map aufmachen also ich glaube dass wir den mittleren Teil schon hier gefunden haben links davon gibt es neben dem Hülleneingang also das hier noch eins und hier drüben gibt es noch eins direkt nach der Brücke gut das würden wir dann ah ich kann es ja markieren das ist eins und das ist dann zwei gut markieren wir machen wir dann im nächsten Video jetzt werden wir erst mal hier die Gnade betüren uns hinsetzen und hier das hier mal auf Stufe 1 bringen ich hoffe das bringt uns was Leute ich hoffe das bringt uns was damit wir ein bisschen stärker werden wir sind hier erst mal durch im nächsten Video geht es natürlich weiter vielen Dank fürs Zuschauen bis dann ciao